ha wie die und schönes video da seid zu einer kurzen roten ist schon mal schauen müssen wir überhaupt so weit mehr was ich jetzt fertig 26 mit dem kran rufen Da können wir uns auch nicht machen, brauchen wir ein bisschen, wo haben wir noch nicht hingefahren, da fahren wir mal, oder? So, fahren wir ein bisschen in die Richtung, da waren wir noch nicht, brauchen wir ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Start in die Woche, erstmal ein bisschen verirren, oder? So sollten wir es machen, so, ich sage jetzt auch noch einmal, weil ich eigentlich in der Forest Aufnahme schon gesagt habe, aber die habe ich jetzt irgendwie nicht gewusst, dass das das letzte ist, wo es kommt, und es werden ein bisschen Lackarsen, wenn ich da sage, dass die Folgen halt ein bisschen kürzer werden, also die Folgen werden ein bisschen kürzer halt, insgesamt alle Folgen, weil, da ist es gemischt, weil ich nicht so viel Zeit habe, und sonst das mit dem Upload nicht hingehört, und ich habe jetzt keine Lust, dass wir da, dass wir da ein bisschen zurückstickern müssen, ach, ich muss erst... Jetzt können wir schon nichts mehr aufnehmen, jetzt bitte aufnehmen, Dankeschön! So, was ist unser Base, das? Und schon geht es wieder zurück, dass wir uns ein zweites Mal machen können, ja, heute läuft es irgendwie, weiß ich nicht, warum... Au, 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 au... Jetzt könnte mir was eingefallen... Ich sollte mir so machen, ich muss den ein bisschen auflaufen... 3, ich kann mir mal 3 zurück, das weiß ich gar nicht, oder? Ah ja, wir sind ja da... Das ist wieder viel vergessen... Das schaut überall so gleich aus, wenn es nicht gefasst... Da sind wir ja... Stimmt ja... So... Machen wir uns einen zweiten... Fangen wir den mal ein bisschen rum... So... Schaut es gut aus, gell? Ach, wir brauchen erst Strom... Ach, da hinten macht wieder was Strom... Ach, da hinten macht wieder was Strom... Ach, da hinten macht wieder was Strom... Das ist interessant... Das braucht aber was... Ich kann chillen, ob es voll wird... Ah, jetzt muss es jetzt gleich besser gehen, oder? Jawoll, jetzt soll geht es ab... Ähm... Wieso kann ich eigentlich noch nichts anderes draufsetzen? Aber da muss ich mir das komplette Ding machen... Ich muss jetzt extra zum Drucker umrennen, um so ein scheiß Lager zu bauen... Ah, das ist... Das ist da rum drauf... Äh... Genau... Da ist das... So... Jetzt nehmen wir wieder ein bisschen aus... So... Da... Das ist ein... Gescheites Zög... Jawoll... So mengen wir das... So... So... Da... Da... Dann vorher wieder da hinten drehen... Einmal das restliche... Gemisch... Was da noch hinten ist... So... Jetzt... Und dann geht es ab... Das dauert jetzt wieder ein bisschen... Der zickt wieder jetzt nicht gescheit... Das ist einmal das... Und zickt dann mal überhaupt nicht... Du bist ja so gewohnt, dass er so abgeht... Aber irgendwie bist du froh, dass er nicht so abgeht, weil er dann sonst so abhebt... So... Würde ich jetzt mal sagen... Ja... Da ist... Da haben wir ein bisschen anders hiervon... Hm... Wo ist jetzt nicht... Da schaut... Da schaut's gut aus, gell... Jawoll... Oder war jetzt einfach nur das Grüne... Das ist jetzt die nächste Frage, gell... Ja... Und... Vielen Dank. Vielen Dank. So, was den wir jetzt noch mitnehmen? Vielleicht wird man da noch ein bisschen Gemisch, aber ich glaube nicht. Da ist noch Harz. Harz, die Harz, Harz. Ich will jetzt erst mal noch ein Gemisch mitnehmen. Oh, da ist noch was. Jawohl. Schauen wir mal, ob sie das Windradel wieder irgendwo dreht. Wahrscheinlich auch nicht. Oh ja, klar. Tja, dann nehmen wir heute dafür das Somo. Jetzt haben wir halt keinen Strom mehr. Das war die falsche Tasten. Das ist mir gerade mal so aufgefallen. So. Jetzt haben wir mal fast das Lager voll. Das ist jetzt nie mehr. Nicht einfach mal so klicken. Das ist jetzt nie mehr. Aber jetzt wird es langsam brenzeln. Ich weiß nicht, ob ich es nicht habt. Ich weiß nicht, ob ich es nicht habt. Dann muss ich es so machen und so machen. Brauchst du drum, dass ich den da unten benutzen kann? Aber ich kann noch mal in der Lichtzelle machen. Eigentlich wirst du die doch nicht verbracht, sondern da. Ich weiß nicht, ob ich den da unten benutzen kann. Okay, ich werde es wieder auf. Kim Schu. Halt es mir da oben. Wenn es da oben oben geht, muss es da oben gehen, oder? Ja gut, jetzt kommen wir zurück. Ich hoffe, dass wir zurückkommen. Und wenn nicht, kann ich auch nichts machen. So, Kim Schu, Kim Schu, Kim Schu, Kim Schu. Ich habe ein bisschen auf Formrunden gewinnt, und ist ja wurscht. Schauen wir mal, was kann man jetzt schon ausstehen machen? Weiß ich, ich kann nicht. Lass mich kurz gucken. Vielleicht nur ein Lager oder so. Oh, Kim Schu. Ah, Kim Schu. So. Ist da ohne. Ist da ohne. Oh, jetzt kriege ich irgendwie noch Hunger. Ich weiss nicht warum. Schauen wir mal. Oh, lege. Lege, 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 lege. Ich komme wieder hin. Ist schon wieder abgeschalten. Ist wohl, gell? Ja. Ach, ich habe die Läne mitgenommen gerade, glaube ich. Aber nur... ...nicht wieder... ...mit da angesteckt, was ich gehört hätte. Ich finde, das wird da auch nicht. Ach, meine... Ach, meine Augen. Ich hoffe auch, dass es früh weg geht, oder? So. So, da läuft sie. Wie viel haben wir jetzt an Lernen? Nein, haben wir nicht. Das sind dreimal Bogen, glaube ich, gell? Bogen, 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 ja. Die haben wir kurz vorhin einen Mineralextrakter. Eine und dann... ...müsste die Scheiße werden. Nein, nein. So. So, dann schießen wir diesmal am Ammonium-Ding so. Wo wir zur Zeit eh bloß 2 Mauer können, weil wir ja bloß 2 Ammonium haben. Ah ja, da ist der Knopf. Das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt ist ja wieder das. Da war auch noch ein Ding, wenn. Äh, gemisch... Ich wusste auch irgendwo, wenn noch eins war. So. Das ist ja wie so ein Ufer, weißt... so ist er mit Stimme also wie sich von der Klose Abo da bis morgen hau bidi ri